Ich vermute, die meisten im Raum kennen mich, möglicherweise auch nicht. Ich sehe unbekannte Gesichter, das ist schon mal gut. Also ich bin die Claudia, ich darf beim C3W mitspielen und auch bei der Privacy Week Orga. Wer kennt die Privacy Week noch nicht? Hervorragend, keine Hände, das ist auch super. Wer hat vor, dieses Jahr zur Privacy Week zu kommen? Ich sehe viele Hände nicht. Okay, es gibt Tickets unter anderem dort in diesem Automaten, ganz günstig sogar. Es ist sogar noch Early Bird im MetaLab Automaten zu erstehen, auch anonym. Ansonsten gibt es Tickets auf Privacy Week.at, dort gibt es auch den Fahrplan. Wir haben ein ziemlich, ziemlich cooles Programm dieses Jahr. Also ich bin echt wirklich happy damit. unter fahrplan.privacyweek.at. Gibt es irgendjemanden? Ich habe hier Leute gesehen, die bei uns auch Talks halten werden. Freiwillige Meldung? Das verrät keiner. Also es wird auf jeden Fall ziemlich coole Sachen geben. Wir haben zum Beispiel, das finde ich ja jetzt extrem geil, ein Panel auch mit den Wiener Frauenhäusern zum Thema digitale Intimität beziehungsweise Stalking-Themen. Die werden auch einen Workshop machen. Der wird nicht gestreamt, nicht aufgezeichnet und so weiter. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch in Personam vorbeizukommen. Schaut mal bei uns ins Programm rein. Es gibt auch ein paar andere Sachen, die nicht aufgezeichnet und nicht gestreamt werden, aus Gründen. Deswegen auf jeden Fall persönlich vorbeikommen. Wer jetzt im Stream hier zuschaut und sagt, verdammt, ich kann nicht nach Wien kommen, wir haben dieses Jahr auch Stream-Supporter-Tickets. Alles klar. Dankeschön. Applaus 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 Vielen Dank.